ja hallo und ich brauch den zugang zum bad am licht doch mal glaub ich auch irgendwo wasser ne ja da hinten so noch ein telefon was haben wir denn okay so habe ich ja hier oben erst mal alles aus dem weg räumen hier die lampe wollte ich nur holen kann ich oder kann ich die von steht noch da dann machen wir das erstmal einmal wieder fresh weg weg jetzt muss ich abkärchern so kärcher zack mal gucken wie die dritte leiche aussieht hier an keinem bestimmten platz stehen müssen da kriegen wir doch alles schön hin hier zack 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 das ist da proper war mein schlechtester schüler das muss ich von außen putzen das spiel von anderen seite an ich sehe das plant b hat be put in motion äh Zack, Wischer raus. Das geht ihm nicht wunderbar mit dem Wischer. Da muss ich drüber kärchern. Ah, hervorragend. Ah, reicht's. Bö, machen wir gleich. Äh, war mega Schwamm. Oh, es geht sogar viel besser mit dem Schwamm. Ach, das Ding hat man doch schon mal im Probeszenario. Oh, die Bände gehen damit auch gut. Oh, das Ding hat man doch schon mal im Probeszenario. Äh, können wir hier noch irgendwas machen? Geldrolle nehme ich auf jeden Fall mit. Hier ist ein... Äh... Irgendwas Interessantes noch hier. Nö. Wo bist du hin? Noch nirgends wo. Oh, du bist ja noch dreckig. Werden wir die erstmal hier hin. So, da wir ja hier unser... ...Waschmoped haben. Das damit echt wunderbar geht. Da hat mal 50% des Blutes aufgesammelt. Will ich gar nicht wissen, was sich dahinter noch verbirgt. Oh. Oh. Holy fuck. He did not mention this. Does he even... No? Okay, Drogen nehmen wir mit. Also ich wäre erstmal für Licht. Hier ist ganz schön. Oh mein Lichtschalter hier. Ich habe kein Lichtschalter. Oh Mann. Ich muss da glaube ich erstmal eine Musik ausmachen. Ne, Lampe. Noch ein Secret. Jawohl. Da ist noch ein Beweis. Da ist noch ein Beweis. Äh. Ja. Ja. Da hat mir echt Spaß am Morden gehabt, würde ich sagen. Ich glaube das war es immer noch nicht. Kannst ja alles wunderbar mit dem Hochdruck rein hier reinigen. So. Schmeißen wir jetzt mal mein Reinigungsmittel rein. Widerstandsfähige. Geht mal ein Schluck rein, ne? Oh. Und dem guten Zeug. Hier ist der Abflugschieß. Ich glaube früher Liebe, Gefängnis. Alles klar. Was war denn hier? Rasierklingen. Weg. Ich bin ausdrücklich. Ich bin ausdrücklich. Ich bin ausdrücklich von Drugs und toxischen Relationen. Sie ging aus auf ihren eigenen Termen. Weg. gut ist hier nicht noch eine Tür oh wird kein Schmuck mehr liegen hallo ich habe Krankenhausrechnung zu bezahlen Leute naja dann ja es geht wunderbar mit dem Hochdruckreiniger ja 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 echt so glatte Fläche ne echt geil 100% Blut stelle alle Möbel wieder hin naja dann sacken wir das alles mal wieder ein ja fehlen auch die hier ne nur wohin damit ich weiß es nicht wo soll ich die hin nicht doof die muss ich noch irgendwo hinstellen aber ich habe keine Ahnung wo hier glaube ich nicht hier glaube ich nicht hell sind die noch nicht sauber jetzt sehe ich ok ah ja ich denke ich habe jetzt alles Oberwasserstock ist fertig Aufgabe abgeschlossen so schauen wir nochmal durch ob wir alles haben Geld haben wir jetzt müssten wir jetzt alles haben an Secrets müssten wir jetzt alles haben ja ich würde sagen wir haben hier alles wir können ja nochmal zurückkehren und das restliche das restliche Zeug ansammeln wenn ich nichts machen nicht stehen ist zu groß warum ist da eine Grapefruit ah ja komm wir dampfen wir ab ist ja auch nichts mehr alles sauber gut ja genau bis 200 100 von 100 von 100% haben Müll Müll perfekte Punktzahl der perfekte Tatortreiniger so wie sich das gehört Drogendeko Bargeld wir haben jetzt auch ein Konto diese Punkte schmecken Lulu Suicide Geheimnisse ich glaube wir kommen nochmal zurück ich glaube wir kommen nochmal zurück alles blitzeblank Meister Propper wäre stolz auf uns ich bin der Atte-Experte der Atte-Perte äh ja was haben wir denn noch Werkzeugwagen wo ist mein Wurf ich sehe dort ein Wedli Wedli du bist der Beste du bist der Beste wir müssen erstmal wo war das habe ich mir schon 500 Mal angeguckt stimmt C das war ja auf dem Tablet hm wo haben wir noch Geist investiert allgemein das ist auf jeden Fall wichtig das würde ich auch noch sehr wichtig finden die Punkte habe ich noch drei Punkte drei müsst ihr aha Werkzeuge eine Brechstange wäre ganz witzig okay kann ich noch irgendwas machen Hochdruckreiniger oh Moment Mega muss mich entscheiden muss mich entscheiden was habe ich hier genommen Kapazität Mega wäre mega Teil nehmen wir dann denke ich mal noch umskillen okay haben wir noch was Neues hier okay so macht man das okay müsste ja gleich mit meinem Telefon bimmeln oder habe ich schon was irgendwas oh oh okay Bögel Tragödie Lebensentscheidung und so weiter okay ein Wellnessproblem so Achtung Warnung gut dann legen wir uns hin war ein anstrengender Tag hm du bist der Beste noch irgendwas Neues zu entdecken Kodex Eintrag Ah das setzt sich alles hier zurück okay ich muss die Kohle zusammenkriegen ich muss die Kohle zusammenkriegen ja ich möchte die Geschichte fortsetzen und du so was haben wir denn aha seit du mir geholfen hast als bei dir die Attacke hast wunderbar aha okay Walski dies wird das letzte Mal sein dass ich daran erinnere alle ja aber wie kann ich das machen ich habe das Geld ja aber wie kann ich das Geld bezahlen ja ich möchte das Geld doch gerne bezahlen hab das Geld danke habe doch das Geld Archiv habe doch das Geld mit Reiz oder ja du bist der Beste Dexter aufräumen wir auch mal oh langsam wird es hier aufgeräumter habe ich so das Gefühl was ist denn da der Schnappe war ah okay 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 oh na dann Quartus im Smart Home äh äh immer Zeit für eine Überholung wa von dem Ding geht das Schruppen erstmal weiter okay ich habe so das Bedürf ich habe so das Gefühl hier wird alle 5 Sekunden irgendwas angehen ich hole mir erstmal Wasser oh geil ah Luftdruckreiniger oh ich habe jetzt den gelben den guten ich habe da jetzt nicht etwa dein Kind gehört ähm nö Möglichkeit vielleicht so gesprprige Flecken zu reinigen das ist eine Katze um noch ein bisschen ein bisschen ist ein bisschen bei mir Um... Okay, Katze. Definitiv. Ah, Mann, Mann, Mann. Jetzt muss man den Weg freimachen. Etage für Etage. Hochdruckreiniger. Liegt jetzt hier überall dieses Smartspeaker. Hochdruckreiniger. 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 Hier hat man ja ganz schön gewütet. Ich muss auch in die Türen rein. Ich glaube dazu muss ich erstmal nach oben. Heiland. Was da habe ich noch? Bisschen was habe ich noch. Ach du Heiland. Da ist ja ein Smart Homeless. Werde ich hundertprozentig. Werde ich hundertprozentig. Die Türen von oben. Oh Mann. Ich werde wahrscheinlich irgendwo einen Knopf suchen dürfen. Oh Mann ey. Ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen genervt. Die Leichen sollen ja sein. Lösche Wachensaufnahmen. Ja auf jeden Fall. Geht mir jetzt auch schon auf den Sack. Meine Lampe. Stimmen wir mal da irgendwie in der Ecke. Da hin. Eiskalt erstmal wieder zumachen. Oder ich muss Schlüssel finden. Schlüssel finden. Schlüssel finden. Das müsste ja eigentlich auch ganz gut gehen. Warum ist das überall so verteilt? Nee. Ah. Das ist Flecken für B. Ja. Eigentlich sorge ich dafür, dass Leute ungestraft davon kommen. Ich bin ein Schwerkrimineller. Beihilfe. Oh Leute. Sucht euch einen anderen Job. Der ist geplatzt. Ich muss auch mal die Katze abschalten. Keine Ahnung. Das ist aber eine ganz schön große Katze. Oh Gott. Du bist eine ganz schön große Katze. Muss ich dazu sagen. Das sind schwierige Flecken. Da ist die mühste Katze. Du bist eine schwierige Flecken. Ja. Eigentlich das Problem für meinen super duper Schwamm. Mit extra Scheuer Milchfach. Meine Taschenlampe nochmal. Wie? Ja. E? Okay Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn. Ciao.